Hallo ihr Lieben, hier ist eure Antonia aus Tirol. Jetzt geht's wieder los, die Wintersaison hat begonnen und ihr könnt mich jeden Montag um 17 Uhr und 23 Uhr in der Hohen Haustenne hier in Schladling sehen. Ich würde mich sehr auf euch freuen, kommt vorbei, hier wird gefeiert. Alles Liebe, eure Antonia. Hallo, grüß euch, ich bin die Konja aus der Hohen Haustenne und ich möchte euch gerne das Programm für die nächsten Tage vorstellen. Am Mittwoch, den 9. März, kommt der Gary von den Klosterdollern um 17 Uhr und um 23 Uhr. Und am Freitag, den 11. März, kommt der Rudy MC. Einlass ist um 21.30 Uhr. Wir freuen sich auf euch ein Kämmer.